. 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 Erbken, der meinten Wollberg, Glockenburg, hier, 25.06.2013. Das städte Idenachs, das ist ein Torfberg, zwei schwarze Kinder auf dem Schild zu sehen, das ist eine kleine Kirche, oder sonst was. Das ist ein Dapt, hier. Ja. Super. Ja, irgendwie das war nix. Ich hab jetzt noch was. Ich hab jetzt noch was.